Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal und zwar mit Fros Monster, mit Onlinern habe ich noch gespielt, das ist ganz lustig und wir starten jetzt mal rein. Wie ihr seht Leute, wir spielen auf Harz, also das höchste was es geht, man sieht nicht mehr die Sanity und das hier und mal gucken, wie wir uns schlagen. Puh, egal, dann können wir das vergessen, wir können die Nebenquests machen. Junge, ich dachte das ist eine PS4 gerade, ich bin ja los. Richtig geiler Abfalleine, schaut mal hier, ich werfe jetzt diese Tasse weg, genau weg. Unsichtbare Wand. Eine fliegende Taschenlamm, äh fliegende Tasse. Fliegt. Wo ist noch wer pissen bevor wir weitergehen? Ist das Büro vom Leiter dieses Hotels. Hier, da der Telefon ist kaputt, aber ja die, die lebt noch, das ist so ein Kaktus. Die lebt so richtig. Ähm, hier ist ihr Bett, hier können sie zu zweit schlafen, das ist für euch beide. Oh, ich dachte immer in Sitzen, du. Ja und äh, dann habt ihr hier auch noch euren eigenen Tisch und einen Stuhl für euch beide, könnt ihr... Wo ist jetzt auf dem Tisch? Ne, ne, ich müsst beide auf dem Stuhl sitzen. Ja, ich sitze jetzt neben dem Stuhl geht, oder? So, dann hier seht ihr, hier rechts seht ihr ein Bett, da werden immer, wenn jemand einfach stirbt, werden die dann so hier reingepackt und in die Leichenhäuser transportiert. Hier in diesem Zimmer, äh, ist ein anderes Büro, hat von einem... Hat hier ja eben Douglas gelebt? Ne, ne, das war nur ein, äh, Insasser hier, also so... Hat hier, hat hier ein Zimmer gemietet, äh, für eine Nacht und ist dann gestorben. Wegen der Lebensmittelvergiftung. Was ist mit der Tür los? Ja, ähm, ähm, ein bisschen Sachen sind hier manchmal ein bisschen kaputt. Lebt hier David Douglas? Ne, der ist schon lange tot. Äh, Leute, hallo. Existieren ja in dem, existieren in dem Haus auch Geister? Ne, Geister gibt's nicht, das ist nur Märchen. Ein Gerücht. Hier, sehen Sie, die Spins, da, da drin, in diesen, äh, sind Leiche drin. Ey, ey, guck mal was da hier steht, David Douglas. Ne, das steht hier nicht, grad, sie, müsst mal in die Schule gehen. Ein weiteres Büro, wir haben immer nur diese Pflanzen. Ja. Und wo sind sie? Guten Tag. So, dann geht's weiter, hier, sie, haben sie Feuer, ja. Kann man aber nicht drauf drücken, nix, verbot, das ist kaputt. So, hier, auf hier neues Büro. David Douglas, sind Sie hier? Ich bin weg. Hier, hier ist, äh, das beste Hotelzimmer, das wir haben. David Douglas. David Douglas, David Douglas. Sogar mit, sogar mit Wasser. Hmm. Sogar noch sehr rein. Ja. Ja. So, hier ist ein Fahrstuhl aber der funktioniert nicht. Das noch nie funktioniert. Was to master? Was geht? Ich hab die Küche gefunden, hier ist die Küche. Lecker. Richtig krass. Mmmh, lecker. Hier werden auch... Hier ist ein Abstellraum. Oh, ich hab einen Hammer! Oh, ich hab einen Hammer! Ich hab einen Hammer. Den lassen Sie bitte wieder hier, der gehört dem Hotel. Ich hab keinen Hammer. Sie haben den Hammer, bitte geben Sie ihn mir zurück, oder ich muss hier kochen. Ja, haben Sie den Hammer. Wollen Sie meinen anderen auch haben? Aber wir wissen, wir sind da, wo der Strom passt. Alles klar. Oh, geil, jetzt ist ein Schwart, ey. Okay, dann schau... Okay. Schau mal, wie der geil aussieht, ne? Ja. Wir müssen jetzt ganz leicht sein. Hallo, Geist! Ich wette, dass du kein Sales Board, ich wette. Wir müssen lesen, sag ich. Aber letztes Mal bin ich gestorben, obwohl du krach gemacht hast, ne? Ich hab Brockenkrach gemacht. Hallo! Geist! Leute, die sind halt... Leute, die sind halt... Leute... Wir haben ja was. Wir haben ja was. Ne, Mann, das verreckt. Scheiße! Was ist da denn los? Hallo, Geist! Bist du hier? Leute, wir sind in der Hölle. Scheiße! Ja, das war's mit sowas etwas Lustigerem. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Würde mich freuen. Schaut bei dem anderen vorbei. Den Kanal verlinke ich. Den Kanal verlinke ich. Hat er mich gefragt. Mach ich auch. Ähm... Ich hoffe, ihr könntet ein wenig lachen. Sollte mal was sehr lustiges sein. Und... Ich bedanke mich auch an denen, die mitgespielt haben. Dankeschön geht raus. Und... Bis zum nächsten Video. Ciao! Ciao! Ciao!